das bleibt hier wieder sehr schön dann schnell noch eine runde starten dann schnell wieder eine runde starten damit war nicht wieder damit sie nicht wieder weg ist so schnell muten das klappt jetzt ich will mal ein poster sein mit dem poster kurze frage ist das so mit der sicht okay ich finde super nicht nicht sieht so was wäre das nicht aus ich fühle mich ach diese aufgabe das nicht ich ignoriere jetzt den alarm ich muss die aufgabe erschaffen erst die elektrische aufgaben machen dann elektrische todeszone schnell raus hier raus aus elektrische ich habe jeder drüben bei admin habe ich welche aufgaben okay war schon fertig ich bin natürlich sehr sass weil ich nicht hin gelaufen bin da kam back ich habe noch eine aufgabe in der tolle an der ich nachher noch ein navigation und dann hier oben kabel verbinden download das einfach das ist ja muss man nichts tun nur abworten und teeter oder kaffee trinkt immer kaffee kabel verbinden tatsächlich sieht wirklich so aus als wäre das nicht sabotiert ein bisschen dann ist der stromkreis noch und der lichtkreis noch ein bisschen kleiner war lichtkreis übergröße blacki upload abgebrochen und jetzt werde ich gemeldet bevor das vorbei ist sehr gut schon wieder getötet ja das ist doch nicht wahr ok also hin krieg haben dass die mich immer umbringen karl habe ich gerade getroffen habe ich glaube der kam irgendwo von der rechten seite es war ich war gerade wenn du warst du musst und hast mich umgebracht blacki ist halt die ganze zeit mit zweck glaube ich rumgelaufen ich bin mir sicher die kam von unten und ich kam von oben ich habe ein paar mal gesehen gehabt ich bin ja ich bin ja wohl nicht im poster ich habe eben auf der karte geworfen zwei leute sind die ganze zeit zusammengelaufen bin ich tot ich glaube es war blacki warum glaube ich auch ja weil ich ja ich habe mit ihnen zusammen die leiste gefunden ja wir hättest auch einfach von admin zu shields wenden können woher ging das zu shields? ne das ging woanders ja doch da die ecke gegangen ja genau hätt ich tun können wir sind fertig da komm blacki blacki hatte mich vorher gesehen ich hatte das licht auch wieder eingeschaltet ja ja da hab ich dich rotz aus damit ich in communications rein hab vorher unten den müll entsorgt und bin dann hoch zum kartending machen oh toll hättest du jetzt gesagt hättest du jetzt gesagt dass du noch müll hast und hättest du was zeigen können hättest du gesagt äh hättest du was gemacht hättest du gesagt ja ich würde einfach blacki rauswoten blacki 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 ja ich kann jetzt nur meine frage stellen Gott ist die äh sicht für euch breit oder niedrig? das hast du so eingestellt hast du das meinst du ja oh wow ja nein die frage ist klar er hat für den imposter das klinge 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 ok blacki warum warum das klinge das klinge weil du im poster bist keine ahnung wir haben dir gleich jetzt zu weit gefunden und du warst die letzte du warst halt nicht da vielleicht schon bisschen im spiegel herrschen kopp ich will das nicht in ordnung dass tja warum ich immer warum ich immer von euch ermordet werde ich da immer das ist immer jetzt schon zweimal in folge einmal von luca und einmal von von weg jetzt hier das ich bin immer das opfer warte mal nächste runde bin ich jetzt hier im poster da gibt es ja immer gemetzel ich bin schon am ongas profi ich habe das was für ein ding ich bin tatsächlich nicht imposter kann man ja mit dem nicht kreis große machen das ist jetzt hier ja sage ich in der nächsten weil es noch eine nächste runde gibt es gleich wieder auf so was meine elektrische habe ich zweiter ich begebe mich in die todeszone da wird mich doch wieder damit umbringen nein lass mich in ruhe ich mache hier nur meine tasks ich will doch niemand was böses bin ich der imposter das geht schnell zum glück schnell wieder raus zu zweit sind dann können sie mir nichts tun sehr gut ich gehe da jetzt auch nie wieder rein das heißt wenn es einer den anderen umgebracht hat scheiß auf den anderen das hier jetzt muss ich sowieso weg was wir so warten muss man eine stelle minute warten bis es wieder ich ignoriere damit wirklich sehr sass aber ich will meinen tasks ja den dingen weapons download jetzt nicht wieder während das download umbringen achte es doch der lukas doch schon wieder dort aber zusammen mit linke einer von denen ist es jetzt doch das licht ausgemacht das licht wird sabotiert jetzt haben wir gar kein lichtkreis mehr ist so wenn sich klein sieht man jetzt hier gar nichts mehr der lichtkreis muss größer gemacht werden die sichtweite ist die sichtweite wir haben gleich unsere tasks erledigt los imposter töte jemanden sonst ziehen wir hier während du noch kein gemordet hast ja mit gelöten ist dass hier die tasks schnell erledigt ist vorbei mit lustig online da wurden die türen geschlossen hinter mir bin lächer der tod okay so kaya ist schon mal nicht also kaya ist schon mal nicht okay ist er doch gut gemacht gut gemacht ich habe gerade gesagt ich habe gerade gesagt luca ist nicht der imposter weil er hat sich ja wohl kaum selbst eingesperrt sprechen ich stand da gerade vor der tür zum zum security und dann ging dort das die tür zu und dann habe ich gesagt er ist doch nicht so blöd sich einzusperren das ist doch ein standort aber doch ich hatte er ist wehrgegen verdacht weil er nicht beim alarm ausmachen ja ich habe das ignoriert weil ich würde ich würde einen task erledigen das bei zuviert das ignoriert man nicht weil zuviert ist das bei zuviert ist das mega einfach so da kannst du also wenn ich weiß kannst die tasks fertig haben und dann ist ich meine ich habe schon ich da habe mich war schon vorunter den tasch unterdruck weil ich habe so gedacht auch scheiße da muss der imposter schnell töten doch kommen noch eine schnelle runde weil los ist das kommt jetzt ich muss du es besser gucken letzte runde imposter ich bin geblutet sehr gut so ich weg hier mal diese task hier ja komm jetzt mal hier das ignoriere ich meine ich den alarm okay kommt dann ist doch nicht abgelaufen das könnte ich töten aber das wäre blöd hier so sabotage der hier macht mal zu aber eigentlich auch und hier in elektrischer ja ich gehe mal nach das ist meine poster runde ausgeflogen schon wieder okay gut lecky ist das schon noch nicht ich hatte waffen ich wollte eigentlich hinke sagen noch kann man herrscher waffen ich bin das weg was aber wie sagt das aus ich finde das easy mode und so gut das war eine easy runde als imposter ja das war eine sehr schnelle runde das war eine gute runde als becky ist mir geflogen so und ich muss ich muss mich jetzt enttäuschen aber ich muss weg ich habe ich muss auch ich muss meine fernse sicher ja gucken doch sehr verkaufen ist das kommt gerade im fernsehen ich weiß nicht welche folge welche staffel das ist läuft im fernsehen das ist und folge gut na dann hat mir spaß gemacht mit euch zu spielen gerne wieder aber nächstes mal brauchen wir auf jeden fall mehr leute auf jeden fall ich schaue mal ob ich das nächste mal den zenten dazu kriege ich habe ihn jetzt gerade die däumchen nach oben sonst nicht gefallen haben lassen aber da unterseite und wir sehen uns beim nächsten mal wieder mit anderen leuten wahrscheinlich wieder bis dahin ich sage gehe ich auch mal raus und dann mache ich ein bisschen whistleblower ja nice auf jeden fall bei